Moin, ich bin´s. Hier geht´s weiter. Mein Flieger wird getötet gleich. Ich hab die Kacke gedreht. Die Kacke gelatscht. Und sie stoppen euch. Die graveten Stoppen. Wow. Der Flieger sieht von Weitem so klein aus. Das liegt daran, dass die Kamera ultra weit eingestellt wurde. So mach ich damit Unabhängige Stoppen Invalido Stoppen Time stoppen Time stoppen Oha Oh ich hab voll auf den Flieger getreten Wie braun der geworden ist Egal Ich hab da hinten noch mehr An dem An dem Ding da An dem Sitzding da hinten Oh Jetzt fliegt da auch noch Zack die Irre Zackiger wollte ich sagen Aua Au NNNNNNN�N Und die stoppen. Er fliegt immer noch. Wir haben jetzt Herbst. Hier, gleiten lassen. Was, wenn ich den jetzt korrigiere? Mit Falten. So wie er soll. Du wirst gleich absteigen. Da fliegt voll geil so. Da hinten. Und sie stoppen. Blätter, Avedo, stoppen. Neu, stoppen. Jetzt soll ich den Flieger noch ein bisschen verbessern. Damit er besser fliegt. Hallo, ihr Lutsche. War Spaß. Neu, das ist voll weit weg. Neu, 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 neu. Avedo, in Valido, stoppen. Leady Cut, stoppen. Ich mach die Ultraweitlinse jetzt da hinten hin. und schneide das zusammen. Ist das alles sehend? Ich bin im Weg. Ach, gut. Neu, neu, neu. Die Vespa hat einer auf die Klappe gekriegt. Die Vespa hat einer auf die Klappe gekriegt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020